Heute machen wir wieder aus Alt macht Neu. Ich habe hier schon ganz viele Karten, also Bilder vorbereitet und die machen wir heute zusammen, also eines davon. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Sophie, ich bin intuitive Künstlerin, Reiki-Meisterin und Buchautorin. Heute machen wir, wie im Intro bereits angekündigt, einige oder ein bis zwei Bilder wieder aus Alt macht Neu. Ich zeige euch jetzt nur die Bilder im Schnelldurchlauf und suche mir dann eines aus, was wir heute machen. Halt Neu. Ich zeige euch jetzt nicht. Ich sieben. Ich ziehe euch jetzt noch ein paar Tage. Okay, ich würde sagen, ich ziehe intuitiv alles am Bild. Es sind zwei geworden, die zwei. Okay, das heißt, wir gestalten heute diese zwei Bilder, oder fangen wir mal mit einem an. Die anderen kann man auf die Seite geben und ich nehme jetzt mal das grüne Bild daher. Die andere kann man auf die Seite und ich mache heute nämlich wieder mit meinen Stiften Verzierungen, weil wie ihr sehen könnt, ich habe früher noch abstrakter gemalt als jetzt, also mehr Flächen und da kann man sehr gute Verzierungen machen. Ich habe nämlich auch mal eine Zauberstifte mit und ich würde sagen, los geht's. Zuerst nehme ich mir den schwarzen Feinleiner und wir können wieder einfach nachziehen, wo es uns gerade gefällt. Es muss auch nicht akkurat sein, sondern es kann einfach fließen. Also, es muss auch nicht akkurat sein. Also, es muss auch nicht akkurat sein. Also, es geht's. Also, es muss auch nicht akkurat sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Spiel ist jetzt fertig und ich finde, es ist richtig cool geworden. Und die zwei Bilder sind fertig. Einmal das grüne, da habe ich mit einem goldenen Stift gearbeitet. Mit dem hier und mit dem schwarzen Feinliner. Und das ist die Sonne, also mit so Ronstönen und so weiter. Da habe ich auch die zwei Stifte benutzt. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Sophie.